Schütz Deine SIM-Karte vor Missbrauch. Unsere Empfehlung, nutz nach dem Einschalten die PIN-Abfrage Deines Handys. Schau Dir hier an, wie Du die PIN Deiner SIM-Karte änderst. In unserem Beispiel nutzen wir das Samsung Galaxy A7. Das Menü anderer Geräte kann etwas anders aussehen. Die Schritte sind aber ähnlich. Wähl den Punkt Einstellungen. Unter Biometrische Daten und Sicherheit wählst Du andere Sicherheitseinstellungen. Wähl dann SIM-Sperre einrichten. Tipp auf PIN der SIM-Karte ändern. Gib zuerst die aktuelle PIN ein. Und dann zweimal die neue PIN. Bestätige jeweils die Eingabe mit OK. Die SIM-Karten-PIN wurde erfolgreich geändert. Weiterhin viel Spaß! Und dann verlebt sich das für die Eingabe mit OK. Die Eingabe mit OK. Und dann rief es halt um die Gain. Und dann verlebt sich das für die Eingabe Willie. Und dann verlebt sich das für die Eingabe mit ongencage. Und wie das an die Eingabe mit neuemkarte. Und dann merkte das für die Eingabe mit rein. Vielen Dank.